Jo, nächster Trailer am Start, ja, einmal was über Doppelmoral nochmal, beziehungsweise schon Vierfachmoral, über Sekundärmigration, über ein geleaktes Pfizer-Dokument. Ja, könnt ihr dann schauen bei VK Babichu, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.